so halli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge landwirtschaft simulator 2015 mit dem falk und mit noch ein paar anderen leuten morgen das lu maskottchen ist auch mal wieder dabei und wünscht euch viel spaß beim zuschauen ich stelle mir die geschwindigkeit gerade ein wir haben wieder groß auftrag mal anstatt mais häckseln heute ist mal wieder gras die lage dabei die auch genug wo uns auch noch ein stück falk will ich noch nicht rum doch von ganz schön zu meinen kacen war auch gemerkt Aber die Fahrzeuge sind relativ schnell voll, ne? Ja, die Fahrzeuge sind relativ klein. Nimm ich die Hälfte nicht mit? Hä, ich bin voll drauf, warum nehmt ihr das nicht mit? Hallo, er lässt, bitte richtig fahren. Äh, wieder durch, Fike. Hallo, Vorweisbahn, bitte, nicht rückwärts. Wer? Ja. Die kommen jetzt auch mal mit meinem Case rüber. Ja, das sieht ja mal richtig gut aus hier. Und wir haben jetzt auch einen neuen Case ab und rufen. Unser Chef hier, der und der macht seinen Job wieder hier von dem Chef bei der Arbeit. Oh, heute hab ich mal den Fendt erwischt. Oh, heute hab ich mal den Fendt erwischt. Hehehe. Äh, Fike, wir fahren rum. Ey, du fährst da richtig schnell, was soll das? In den Kurven fährt der schneller, das find ich voll dumm. In den Kurven gibt der richtig Hackengas. Was? Ey, du musst wegfahren da, hallo. Wir stehen da. Wegfahren da. Da ist Justin sein. Oh, da steht noch mal unter dem Büros drauf. Das wollte ich ja auch noch ändern. Oh. Da ist Justin sein Trecker. Ja. Lass den mal den Trecker weg. Der steht doch nicht so günstig. Ja, der kommt schon an. Hallo. Ja, der ist ja auch teuer, der Trecker. Ich hab ja jetzt ein Anschein ausgemacht. Hallo. Rückwassbar. Danke. Hier ruhen die Richtung, aber was hier so ruhig? Ja, was ihr euch noch, ähm, was ich noch sagen kann hier, ab nächste Woche, also jetzt, heute ist ja hier, ne, heute ist ja, ey, wer hat hier geschwadelt? Hab ich euch ja auch eben gefragt. Ich mein, das war Justin, also der, der andere, dieser 2, 3, 5 Euro. Der hat ja hier geschwadelt, der ist ja mal zu Tage gekommen, ja. Also das ist ja wohl sehr, also, das ist ja richtig dumm. Aber halt, dann müssen wir unsere Liste doch nochmal ändern. Der hier geschwadelt hat, ey, den sollte man da schlagen. Guck dir mal die Bürgen an, ey. Ey, hallo? Kann ich da nochmal reinhören? Oh, das ist, äh, das ist, äh, ja. Falk, du wolltest ja noch was sagen, ne, wegen, nächste Woche. Ja, das ist, äh, weiß ich nicht, ja, sonst musst du eben joinen oder was, weiß ich. Paul? Ähm, Paul, erklär mir mal den Weg zum Hof, bei dir. Ähm, du bist gerade an der Auswahl, oder? Ich bin jetzt gerade auf der Hauptstraße gleich hier. Da musst du erstmal links. Links, Richtung, hier. Als wenn du zur BGA fährst. Ja, ja, genau. So, und dann, äh... Da oben, dann kommst du rechts. Also, ich kenne mich hier noch nicht so gut aus, meine lieben Freunde. Nein. Jetzt nicht. Also, die Wiesen sind ja ziemlich klein, ne? Ne, es gibt noch große, wir fahren doch noch so noch große. Achso. Ja, die hab ich gesparte. So, wo wir eben stehen geblieben sind, ich wollte euch was für nächste Woche erzählen. Ähm, heute ist ja Samstag. Äh, immer geradeaus, ja? Der 20. oder 21. So, und, ähm, ab nächste Woche wird das mit den Videos. Da müssen wir halt gucken, wie ich das mache. Weil ab nächste Woche arbeite ich wieder fest im Lohnunternehmen. Und, äh, da wird es natürlich auch Videos geben, ganz klarer Fall. Ähm, nur die Frage ist halt, wann komme ich dazu, was hochzuladen. Es kann sein, dass sie erst zum Wochenende was hochladen kann. Ne? Also nur, dass ihr das da draußen schon mal wisst und nicht euch wundert, warum ladet der denn nichts hoch? Ich werde natürlich versuchen, äh, zwischendurch natürlich, sonst wie immer auch, äh, Videos hochladen. Ne? Aber es könnte dann immer sehr spät werden, abends. Was? Äh, wie weit noch hier? Geradeaus, oder was? Äh, da hast du links. Also wenn du da oben bist, musst du jetzt links. Achso, jetzt links, ja gut. Dann rechts. Und wenn, und die nächste dann direkt wieder rechts. Hä, Paul, hier rechts ist ja eine. Achta, ja. Gut. Wo willst du hin, Paul? Hier hinten. Hä, hier rechts ist auch eine, ne? Ja und? Du musst auch noch runter. Achta. Wo liegt denn noch das? Kann man doch nachher machen. Ach ne. Das Feld hier, das hab ich geschwadet, ne? Äh, welches Silo hier? Dass hier das leer ist, oder was? Ne, das Keilsilo. Keilsilo, wo ist denn jetzt hier das Keilsilo? Ja, genau in der Richtung. Ah, da hieß es ja. Da hieß es ja. Eva, ich bin nach Justin dran. Ist das eigentlich normal, dass eure Sämaschinen so komisch hier stehen? Ja, die stehen so ein bisschen... Gut, dass ich nicht als letztes gesät hab. Okay, das kann ich mir aber vorstellen, was Paul die ordentlich dann mit... Oh, er hat kein... Heute kein Festfahrer hier. Was ist hier los? Ja, der ist noch im Urlaub, oder? Boah. Na? Der Festfahrer, der hat ein bisschen verpennt. Kommt da nicht. Müssen wir das Silo danach festfahren. Hat der hier hinten keine... Öh, wie sieht denn der Hänger aus? Bah! Bah! Der hat gar keine... Äh... Der hat gar keine Walzen hinten. Ups. Der sieht ja hässlich aus. Bah, ne. Die mag ich nicht. Ohne... Ich meine, es gibt die ja auch ohne Walzen. Hab ich in echt auch schon gesehen. Bei dem Lohnunternehmer, wo ich ab nächste Woche bin, haben die auch so welche Wagen. Da wird das nur runtergeschoben. Das ist aber... Das ist halt blöd dann. Also finde ich. Also weiß ich nicht. Jojoa, ne? Jojoa, ne? Joa, so ist er, ne? Hast du hier mitten in die letzte Ecke reingeschwadet? Jojoa, wo soll ich mal das hin? Jooa! Also derjenige, der hier geschwadet hat, ehrlich. Da muss man in die Fahrschule. Euer Trecker ist ein bisschen im Wege hier. Joa, der 850 oder 59. 50 mit Flug hinten dran, ne? Also die eigentliche ganz neu sein. Ist er denn? Ja. Aber er wäre nicht so. Und immer werden die Pinguine umgefahren, grundsätzlich. Da merkt man mal, dass sie alle so ein bisschen nicht fahren können, ne? Xperia, wo bist du? Guck dir an hier, sogar hier die Pinguine umgerast. Durch ein Motorhaus gemacht. Weiter geht's. Du sollst mir das ausmachen, du sollst arbeiten. Ja, wo fährst du denn hin? Ja, Leon ist mir gerade jetzt gerade. Auf welchem Feld seid ihr? Direkt daneben wirst du raussehen. Was ist da? Da, wo du eben reingefahren bist. Also die nächste musst du links. Also zum alten LU halt. Also links ist ja jetzt das LU von dir aus. Und da musst du gleich links. Da unten das Stück. Guck mal, dass da hier auch heile reinkommen. Uuha. 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 Ja, Herr Falk. Ist das gut geschwadet deiner Meinung? Wieso hast du das hier geschwadet? Ja. Warte mal, ich gucke mal. Ich hab ja noch Zeit. Ah. Achso, und an die Zuschauer, auch mit dem Boden hier, der ein bisschen verbracht ist. Das hab ich eigentlich schon längst rausgefixt. Aber Herr Falk wollte die neue Map noch nicht haben und jetzt kriegst du nicht. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das sieht sehr, sehr gut aus. Ist Fahdung. Ist Fahdung. Ja, genau. Wir wollen die Map jetzt noch nicht hochladen, weil viele Leute von uns sind dann immer genervt mit dem Hochladen und Runterladen. Du musst mal ein bisschen weiter auf deine, hier, dass du alles mitbekommst. Es ist ja auch ein bisschen alles mit Arbeit verbunden, das Runterladen und Raufladen. Aber eine Hunde hat nicht. Ja, wir haben ja ein bisschen Pause, das kann noch eine Stunde dauern jetzt. Alle juckeln da hinterher. Ich weiß gar nicht, was ihr da hinterher juckelt. Das reicht, wenn einer hinterher fährt. Hä, mach doch so lange einen Cut. Alle juckeln da wieder hinterher, du wie so kleine Ameisen. Unnötig Spritvergurken. Ich sollte mich so ein Hälter ausmachen. Wo soll das jetzt hin? In Kuhhof? Ja, ins Keil-Silo. Freut mich doch. Ich soll mich bei Lunternehmen harter. Ins Keil-Silo. Ja. Arschen, ey. Naja. Ja. Es leckt bis jetzt die Map ist es an. Nuh. Machst du das lieber? Ja. Puh, weil der 5N behindert. Bisschen ist gut. So steht Bad Lanes bei jedem transportieren und ruhig nicht kapieren, oder? Ja. Außer bei mir. Bei mir steht er an. Ach, warum? Ja. Wie schnell fahren wir denn, Paul? Ja. 415. Machst du nirgends? Ja, das ist zu schnell. Einfach mit Profis arbeiten, sag ich dazu mal. Was machst du da? Machst du da? Ich? Ah, jetzt lebt doch. Ja, ja. Profis ist klar. Oh, Maskottchen sei einfach leise. Maskottchen sei einfach leise. Stell den Hahn ab. Den Hahn abstellen. Beide Hände nehmen. Ist klar mit Profis, aber ein Ist klar. Und was machst du denn, Luca? Der laggt. Ja, weil du lagst die ganze Zeit anstrahlen. Du kannst ja nur S-Ladern kaufen. Ich steuere es nachher wieder ab. Dann gehst du wieder rausschneiden. Einmal mit Profis aber. Paul. Äh. Was machst du da? Äh, ich? Machst du Rockenkuscheln oder was? Ja. Ja, bitte. Kann das sein, dass du jetzt irgendwas verloren hast hier? Warum? Ja, weil hier irgendwas liegt. Im Wald. Ja, mein Mann hier liegt. Ja, dann hol das mal gleich hier wieder weg, ne? Mann, 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 doch. Ja, heute ist ein bisschen, ne? Ja, heute ist ein bisschen, ne? Was ist denn heute so ein bisschen, ne? Ist schon zu spät, Falk. Warum? Weil 23 war irgendwas. Ah, Müdigkeit vielleicht. Ich. Oh, Gott, nicht. Ey, Falk. Wir werden jetzt den Hackerl ein bisschen. Falk. Wenn wir bloß aufhäh... Was hab ich hier... Was sind hier bloß für Leute, du? Oh, ne? Probier's mal! Ja, heute ist... Also, das ist doch mal ne Folge, ja, du? Das ist genau so, wie wir es sind. Ah, wie geil ist das denn, ey? Das glaub ich aber jetzt nicht. Hey, Falk! Mach mal den Trecker weg, ne? Snell. Dann müssen wir jetzt wieder einen Tag einziehen. Fahr mich doch nicht um! Mensch! Oh, ne! Das wird passiert. Aber das sah geil aus! Echt? Falk geht's! Also, es ist wie bei's hinterher, Starek. Komm ran hier! Was bleibt der denn? Irgendwie die... Anderen Männer! Kennt wer von euch, Euster Cropper? Ja! Ja, sagt mir was! Mal mit dem gezockt, dass das hier weg geht. Was hat er gesagt? Ob du schon mal mit dem gezockt hast? Ne, gezockt noch nicht, aber ich gucke denen seine Videos ab und zu mal. Ab und zu, ja! Ja, wenn ich Zeit habe! Ja, wann hast du denn mal Zeit? Oh! Paul, warte! Ja, ich konnte da vielleicht nicht rum, es war ein bisschen eng, ne? Ja! Ich habe deswegen habe ich gedacht... Du bist glaube ich voll, ne? Jetzt kommt! Deswegen habe ich gedacht, dass du die Pipe andersrum machst. Oh, ein Pile, na Junge! Ja, gib Gas! Ich bin schon da! Ja! Ich bin die ganze Trofe stellen muss, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Volle Kanne reingefahren da du! Oh ne du! Da kommen wieder die Kommentare, was habt ihr denn da wieder für Fahrer eingesteckt? Nein! Ey mein Joystick ist nass geschwitzt! Nass geschwitzt? Warte! Alter, du bist hier heute echt ruhig! Boah, hier geht es doch echt ab, ey! Mein Pipe ging über mich so zu verstellen bei der Pipe und das ist nass geschwitzt! Ich kann das aufhören! Oh, sag mal, aber sonst bist du eigentlich nicht so geschwitzt! Also das ist doch... Wer hat das hier nochmal geschwadet? Äh, ich? Ich glaube, ich überlege mir das nochmal, was ich gesagt habe! Wieso? Nein, du musst... Pass auf, also nichts gegen deine Schwaden, aber du musst zweimal rumfahren und dann... Und dann hoch runter, weißt du? Weil das ist zu eng für den Hexler! So, komm, gib Gummi! Ich doch nicht! Lass drücken im Gesicht! Ja, okay! Oh, falsche Taste, falsche Taste! Gas, 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 Gas! Gas geben! Irgendwie ist das verkehrt rum, normal, ne? Ey, falsch! Fals! Ja, egal! Ich muss kein Handy schaden. Ich geb Gas! Du weißt schon, dass du die Reihe nicht mehr mitnimmst! Der fährt genauso wie Dings gerade! Was macht der denn jetzt hier, ey? Also den, ähm, den, äh, U-Hof, den hab ich jetzt gleich aufgeräumt und dann werde ich morgen den, äh, den Kuhhof aufräumen, danach die BGA. Weil da muss Falk auch nicht die ganzen Sachen hier verkaufen. Ja, so. Ja, das läuft ja mal wie am Schnürchen hier. Der eine fährt, der eine fährt gegen die Anhänger, der andere, der ist schon so müde, dass er die Reihen nicht mehr mitnimmt. Was denn? Was denn? Was denn für das nur, die, die, die Ampong oder die richtige? Und der andere, der kann ihn gar nicht mehr kontrollieren. Hallo, würdest du mich gerade beleidigen? Nein! Ich meine nicht damit! Wo gehört eigentlich der schwarze Case Optum hin? Hallo! Hallo, Luca! Oh, was ist denn hier passiert? Ach, hier ist die Reihe zu Ende! Den, wo halt Luca gerade vorher gefahren ist. Ja, ne, so ist das hier bei Lohnunternehmen Harter. Wir haben auch mal lustige Folgen. Echt? Ja, echt. Ey, was machen wir hier, Paul? Weiß es noch nicht. Warte. Hab einen Plan. Hatte ich zwar noch nie, aber okay. Irgendwie ist das blöd hier. Oh, das ist richtig kacke. Halt, stopp! Ich glaube, heute sind wir alle kaputt, ey. Wir können alle nicht mehr fahren, nur. Ist ja auch schon nach zwölf. Muss man ja jetzt schon sagen. Was? Was? Ja, ich glaube, oder? Ja, stimmt. Ja, doch. Ne, nicht ganz. 23,57 ist es. Joa. Ähm. Was? Paul. Du kannst ruhig dein Pipe-Ding da... Ey. Auf eine Richtung lassen und nicht immer umdrehen. Ey. Hey, sag mal. Er kriegt den übelsten Lachen. Kann ich nicht mehr rein. Ja. Er kriegt sie nicht mehr rein jetzt, oder? Ja. Ähm. Ja, Falk. So läuft das, ne? Ja. Ja, so läuft das. Es gibt auch mal lustige Folgen heute. Ja. Ähm. Also, was ich dazu sagen will, ihr wisst ja jetzt soweit Bescheid mit den Videos. Also, wir gucken auf jeden Fall, wie wir es am besten machen mit den Hochladen und in der Woche und so. Und, ähm, seid gespannt auf die Folgen, die ich natürlich auch, äh, auf meine Arbeit aufnehme. Nein. Und... Lasst ein Däumchen nach oben, auch wenn das Video heute ein bisschen extrem... Was? ... extrem, ähm, Fahranfängermäßig rüberkommt. Und, ähm, ja, wir machen hier noch ein bisschen weiter, ne? Echt? Ja, ich denke, oder? Oh, also, eigentlich... So, was ist denn nun? Das Rohr ist auf der anderen Seite. Ja, ey, du kannst doch mal das Rohr da eben nach hinten machen, dass ich da rumkomme. Müsst es nicht so haben. Was ist denn hier immer mit der Druckluftbremse? Was ist denn hier immer mit diesen Fahrzeugen? Da muss ich jedes Mal auf J drücken. Warum? Du hast einen Blinker an. Ich und du. Rechts oder links jetzt? Ich und du. Was? Orange. Ach komm, ich bin sowieso gleich voll. Ich fahr dir jetzt einmal kurz hinterher hier. Komm mal hier dran. Ich trage sie nicht. Klar. Ja, aber was ist denn das hier für ein unebener Boden, ey, Alter? Ich bekomme hier diese... Heimegge. Ja, wo bleibt denn der nächste Abfahrer hier? Hallo, ich bin gleich voll. Ja, ja, ich komm doch schon. Schönen Tag. Schönen Tag. Ich muss gar nicht mehr kommen. Ich mach jetzt auch hier aus, ja. Nein. 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 Na gut, egal. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. So, jetzt hab ich es richtig gesagt. Nein. Jetzt hab ich es richtig gesagt. Nein. So, und lasst ein Däumchen nach oben. Von mir aus auch ein Däumchen nach unten. Und... Nein. Ja, wir sehen uns einfach, oder hören uns wieder bei der nächsten Folge. Und sagen jetzt hier mal Tschüdelübs. Wir sehen uns. Tschüss. 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 Bye, bye. Joa, joa, ne? So ist er, ne? Joa. Kriegen wir alles hin, ne? Joa. Also. Wenn das klingt, wenn das klingt.